Hi, Spacefrogs ist... Genau deswegen sag ich den Rest. Hi, Deadfrogs ist tot, lang lebe Spacefrogs Clips. Seit wir den Content rüber geschifftet haben, haben wir immer wieder überlegt, ob wir auf diesem Kanal nicht Dinge hochladen, wie Zusammenschnitte aus Livestreams oder Outtakes. Also allgemein Stuff, wo der Algorithmus auf unseren Hauptkanal denken würde. What the fuck? Und allgemein dadurch, dass sich unser Content, YouTube und die Welt geschifftet hat, hatten wir immer wieder die Situation, dass wir Ideen verworfen haben, weil wir nicht sahen, wie wir sie in ein 8-Minuten-Video mit interessanten Titeln verwandeln konnten. Aber es gibt sowohl eine Möglichkeit, wie wir diesen Content weiterhin umsetzen können. Und das sind Shorts. Und ja, ich weiß, viele sind kein Fan von dem Hochkantformat. Aber die Welt ändert sich nun mal. Und auch wenn ich tatsächlich alt geworden bin, möchte ich nicht dieser alte Boomer sein, der sich irgendwie an der Vergangenheit festklammert. Obwohl es mir genau das erlaubt, wieder zu machen, was wir eigentlich mal gemacht haben und machen wollen. Dumme kurze Videos, die dumm und kurz und lustig sind. Nicht so wie ich, der hier reingesprungen kommt. Du bist nicht kurz, du bist schmal. Doch, ich bin ziemlich kurz. Und schmal. Und genau das wird hier jetzt kommen. Shorts. Aber vielleicht auch andere Sachen, wie ich halt meinte. Livestream-Zusammenschnitte, Outtakes oder was auch immer. Wir probieren aus. Wir haben jetzt hier nicht so einen krassen Plan mit Daily Uploads oder sowas. Wir probieren einfach aus. Aber wir wollten wenigstens irgendwas hier statemanitisieren, bevor wir Stuff hochladen. Und ich weiß, ihr werdet jetzt fragen, was ist mit Space Gaming? Also wenn ihr ganz brav seid, dann gucken wir mal. Aber eins nach dem anderen. Das ist schon mal sehr viel. Wir sind alt. Und ich hab ein Baby zu Hause. Muss Kacke wegwischen. Von allen Oberflächen. Na, es ist noch nicht an der Decke gelandet. Noch. Aber es ist auf mir gelandet. Das ist ein Baby.